das ist sogar was bei diesen seien variiert so wie sieht's aus bei dir I'm on my way zu L.A. Richtig oh jetzt hier voll da raus so muss da ist 1 Brustgang und dann Vollgas Offenzialsperre raus, Allrad raus und dann läuft das der ist wieder machig, jetzt läuft es nicht mehr wo bin ich eigentlich gerade? was mach ich hier eigentlich gerade? wo du gerade bist? ist ne gute Frage ich kann es dir nicht sagen was tue ich überhaupt? bin hier, aber was tue ich gerade? wo ist hier? irgendwo in der Öchte hier bin ich hä, was? hä, wie bist denn du jetzt da so schnell hingekommen? ich habe keine Ahnung, wie ich das hier mache so schnell bin ich doch so lange brauche ich doch nicht für's Plan von zwei stemmen anscheinend ja, anscheinend, ja und die sich die Nacht und die sich die nacht und die sich allgemein bekannte so, du sagtest, vier braucht man mindestens? ja, mein ich ähm ja? jetzt erkennt er die Baumstimme gar nicht wieso? keine Ahnung frag mich nicht ich frag dich, aber und es ist halb acht ach, ich muss der V drücken oh ja, das war jetzt kontraproduktiv blöd so, äh Tankanhänger ich fahre hinterher kannst du direkt erstmal neben mir fahren wo fahren wir eigentlich lang? ähm ich würd sagen hier direkt den Weg runter da und dann über dem Fluss zum Sägewerk ne, ich möchte auch gerne mal da hinten rum also hier hinten da ist aber nur, da kommst du nicht durch mit so'n Holzhänger ah das ist da so steil, da bist du ich mit meinem Tanklaster befassen mehrere Male ja gut, weil ich es ja schon kenne mit umkippen fahre ich lieber gleich rechts so, wo bist du? ja, du bist du oder soll ich drauf fallen, damit ich rausziehen kann ach, da bist du warte mal, kannst mich eben hier auftanken? das kann ich hm wo haben wir denn? zack geil wir haben ja... ich liebe sie ja warte mal weißt du ständig komm ich lass noch mal was ist komm du komm komm du hast du leckerlicht an? ja ich habe gerade licht an ja du bist auch sehr dunkel unterwegs kein bisschen dann gibt es einen bedarf dabei ja also das ist jetzt der zweite tag die nicht noch um kippen nein deswegen fahre ich ja auch mitten durch die pfütze da kann man nicht drin ich will es dir auch an aber das ist nicht gerechnet nach ja heute noch hast du dich jetzt verfranz die erhöhung der wo fährst du lang muss sie recht zu tun oder nicht muss sie rechts einstimmten st und nicht mal rückfahrlich statt der E weißt du was du bist du bist du bist du bist du bist du bist du komm ich richtig er bringe den hier auch Städte damit schlicht an die Bewerber und werden jetzt in den ja muss er weiter Ich weiß nicht, was ich vorkomme. Wie bin ich jetzt? Los! Mehr Energie! Energy! Bremen! Ja, alte Scheiße, würde ich mal dazu sagen. Vielen Dank! Herzlich willkommen! ich habe schon wieder eine gefährliche schräglage aber es passt noch betonung liegt auf noch nicht mehr mal mein hänger nicht auf wie auf einer ETS 2 Berlin-England-Schiffkiste mhm Alter Ja Ich habe Angst Ich komme... Ja, du hast ein bisschen Schrecklage Es sieht waghalsig aus, was du da machst Ich weiß... Das bin ich Was machst du da? Ich versuche jetzt hier Das so zu machen Und dabei Ich sollte die vorne ein bisschen ziehen Nein, das geht schon Obwohl, dann bin ich vielleicht ja schneller Warte mal, ich kuppel mal eben hier an Bei dir So Los So Warte mal Jetzt So f*** wird bestimmt geil passen So Viele LKWs ziehen einer länger Boah, ja, ey Oder so eine riesengroße, äh, so eine lange LKW-Kette, damit alle durch den Fuß kommen Die geht soweit noch gut dahinten? Ja Wegen meiner, da hast du auch ruhig schneller Ja Nee, geht nicht Abgewürgt Also ich kann nicht schnell Nullgang geht nicht Und rücke ab вот Tja Oh, heulen. Wieso bin ich so langsam? Man kann doch nicht. Der wird ab. Nimmst du die in den Matsch oder was? Nö. Ich zieh dich nicht mal. Ich schieb dich mal an, ne? Nein, ne? Das ist mir gut. Rechts lang, ne? Oder links? Links. Rechts kommst du in den Sumpf. Zum Verladeplatz. Gott, hier muss ich deutlich weiter ausholen. Sonst habe ich echt Angst, dass ich kippe. Alles klar. Positives Subscribe. Ich stecke kein bisschen drin. Mach mal kurz. Ich finde es so gut. Ich bin drüber. Es wäre nett, wenn du dich irgendwie rechts hinstellst, sodass ich da meinen Haken auswerfen kann. Und du fährst jetzt irgendwie nach rechts? Oder steht da ein passender Baum in Nähe? Nö, nicht so besonders. Wieso? Sonst versöre ich es erstmal so. Ich bin wirklich ganz langsam. Ich bin da auch voll so willkommen, von daher so schwer ist das nicht. Ich bin auch gerade als erster umgekippt. Ja, stimmt auch wieder. Aber ich habe es geschafft. Ich würde es auch schaffen. Precious. Das wäre schön. Es wäre schön. Und ich habe aufgesetzt. Ich meine, wir müssen sie eben rauswenden. Ich bin jetzt sehr veranlagt etwas Kippschutz. Zubekommen. Willst du dich jetzt einhängen hier bei mir oder was? Ja, am besten wäre es, wenn du dich rechts von mir hinstellst. Ich stecke fest. Ich komme nicht weiter als sie hindrückt. Scheiße. Aber ich könnte rechts an dich verbinden. Warte mal. Ich muss erstmal hier kurz checken, wie das aussieht. Kannst du dich vielleicht auch an meinen anderen Tank hier hängen, auf der rechten Seite? Ähm, Moment. Mal ganz kurz. Ne, da komme ich nicht ganz dran. Jetzt? Nein. Nein. Aber ich möchte mal da ran. Dann zieh mal ein Stück. Ich bin jetzt schon mal ein Stück. Ah!